Warte mal, hier, in der Mitte im Schlepperturm, ich glaub der flüchtet, hier, Ente, nehmt mal bitte die Munition kurz, muss kurz noch was holen, mein Pimte, Leute, was, ich glaub wir sind geflüchtet, achso ich, ich war die ganze Zeit commuted, so sorry, ähm, Ja, äh, ich hab den gefunden hinten, und ich bin hoch, dann wollte ich hinter hinten gerät, aber der stand unten, genug Terry da, wie sieht's, wie sieht's denn aus, ähm, einer mal, jeden Racer, was in der Base steht, ein Kit reindrücken, die hauen wieder ab, die wollen wieder abhauen, Der ist Top-Dest-Down, oder? Crazy mit der Peitsche Nee, Granaten, ich weiß nicht, Granaten War, einmal Fabi-Sniper her Wollen sie nach Hause brauchen Ja, ich hab einen Spieler gerade undercrippling hinter mir, also, äh Einen von denen Ja Ja, du, das ist doch fast ein Todes Ja, sorry Achtung, ihr werdet abgeschossen, der Tom Ja, ja Nett schießen, wenn das Ding kommt Ja, bauen könnten Ja, jetzt so Also, ich bringe eine Minute Also, ich bringe eine Minute Das andere ist immer noch, 20 und... Ich hab das Petri hinten runtergeworfen Der Stein muss da weg, die blockieren unsere Schiffbahn Warte, 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 ich will den Stein kurz ein Schiff, äh, nutzen Der Terri-Reiter ist vorm Stelle ist ein Spieler, der muss weg Ihr müsst den Terri-Reiter mal kurz da wegkriegen, dann hole ich den Sattel von den, äh, schlafenden Blue Racer Geht nicht, wenn was drauf gebaut ist Als ob, kann ich den nicht runternehmen, oder was? Oh, hab ich das nicht schön gemacht? Emi Na ja Ach, fuck, der E-M-U-E-S-A steht da jetzt genau drüber, ne? Emi, das geht, dass ich hier halbennackig bin, ne? Emi? Nein Das ging ein bisschen besser, aber, ja, war ganz gut Ja, gut Oh mein Gott Oh, Gracie, sei ruhig Oh mein Gott, was hat der denn für's Gott dabei? Ach Nein Oh, Gracie, was da schläft überhaupt noch? Gracie ist eh zu doof Viel zu viel Haha Gracie, nicht in den Bergstack Äh, ne, so ist Das Ende, das ist ja auch nicht mal hier Hat, äh Hat, äh Soll nach links gucken, ja, aber wo? 96.000 von 100 Nein, 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 das von Turis abkommt Ah, 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 ah Ähm, Leute, lasst doch ne Minigun aufstellen Und damit auch das P-Racer draufholzen Damit können wir durchballen Das hätte was Moin, Gracie Mach den mal kaputt kurz, Gracie, bitte Kein Problem, ich packe mir die Minigun Irgendwie mit dem Minigun und Munition Ich besitze mich da rein Äh, Gracie, soll ich dich hinten hoch Ja, ich schnapp mir zwei Stück Zwei Foundation und dann durchholzen Äh, die Rift sind wieder mal nach oben, weil ich hab alles von den Typen bewegt Ich Hast den Typen getötet? Ja, freilich, Alter Ich bin hoch und feitsche Nice, hast du toll gemacht, geil Soll ich dich hinten hochwerfen dann wieder, oder? Äh, ja, einfach hinten, dass ich halt erstmal den ganzen Loot-Word dabei habe Ja, äh, sonst nimm den Typen der Kollege mit und lauf kurz hoch Ja, kann ich auch machen Er hat der Loot drin, der Petri? 160er Sattel nur von uns, aber, ja Dann lauf kurz hinten hoch einfach Alles klar, das ist der Typen mit Wade, Alter Das ist mein Typen Ja, den hab ich auch... Oh, ich wurde getroffen Was? Wow Kann hier nicht hoch? Ne, da kommst du nicht hoch, du musst außen rum laufen Kann hier hoch? Außen rum musst du Haben sie den Kopf getroffen, oder was anderes? Äh, da würde ich nicht hoch gehen, da sind die Echt? Oh, okay Muss weiter links Man, wir haben halt für alles gute Rüstung, außer für die Brust Und das ist das Wichtigste, Alter Ja, ich... Ja gut, stimmt Ich hab den Brust... Den die Brust jetzt auch wechselt, Alter Also sie kommt... Es sind nur drei Fahrers, die da vorne stehen Let's have fun Ui, darf ich los? Ja, ja, ich komm jetzt Ich hab den Rest noch getaubt, da ist ein Spieler direkt davor Ja, dann versuch ich die ganze... Es sind nur die drei Leute, da kommen keine mehr nach Es sind nur die drei Fahrers Ja, drei Fahrers sind da noch Einer liegt Man merkt euch Der kriegt einen Fluchtaufer, die die ganze Zeit direkt vor uns schießen Da ist eine Viertelstunde weg, ich hab jetzt keinen Klang gerade genau Ach... 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 Ich hab doch vorhin nochmal einen Generator gebaut Ich komm mit Rüstung wieder Ja, ich hab die auch mal benannt, ne Also im Turm heißen die Betten im Zwischenbetten Also im Turm heißen die Betten Also im Turm heißen die Betten Ja, 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 im Turm heißen die Betten Hier laufen keine Spieler Ja, hier sind keine Spieler und so richtig gerappen So, hab meine Waffe Das ist lustig, aber besser Ding, ding Ich brauch noch Nades Oder soll ich fliege und du schießt Ja, komm, komm, mach mal so Okay Hm... Speed... Speed nehme ich nicht Per Platz Soll ich auf den Fall sehen? Ja, ja Legst du dich hinten hin? Ich muss nämlich erst vorhin Dekum fliehen Lade auch schon mal die Nade Hab ich schon Ich geh bis in den Wald mit echt orientieren Ich geh bis in den Wald mit echt orientieren Ich geh bis in den Wald mit echt orientieren Hier sind die Kühler aus dem Dämme Das heißt, wenn du da hoch schießt, musst du sitzen Direkt hoch aus dem Busch? Ja Oder den Baum Stell dich, stell dich, irgendwas stimmt Links, weiter links Ja, im Moment, ich muss nachladen Ich nehme nur den Busch Genau Ich nehme nur den Busch Ah ja, da knallen sie sofort Da sind sie Da sind sie Da sind sie Okay, der ist kaputt Gut Ja Anmachen die, wir sind schon gefüllt Dein Viecher, dein Viecher Die tanken jetzt oben die Turrets Ja, 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 sie versuchen Was versuchen die denn? Die reißen, die reißen gerade die Turrets ab Auf dem Parasair Turrets schießen Die Turrets schießen ganz knapp Wir müssen noch ein Stück weit davor setzen Dann schießen die Turrets auf weit Wir müssen jetzt Stück für Stück den Turret-Turm weit davor bauen Den ich hier vorne geraut habe Dann versuchen die Turrets einfach zu setzen Und machen sie dann mit den F-Plus-Dingern an und befüllen sie Stimmt Irgendwo ist ein Spieler bei dir Soll ich dich abholen? Crazy Jawohl, der schießt, der schießt Boah, der Digga Warte Crazy geh nach oben und tut den Quetz 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 Von Wucht Jawohl Ich glaub das Im Parasair wird 100 Ja Das sind die 2-0 Turrets Ja, das sind die 2-0 Turrets Lass es weg Die 2-0 Turrets Habt ihr den Spieler weggeworfen? Der Spieler ist weg Das sind die 2-0 Turrets Das sind die 2-0 Turrets Crazy, komm her Die hier schießen noch nicht vor, oder? Crazy Wartet doch mal EIN DIMO EIN DIMO EIN DIMO EIN DIMO Da ist noch Spieler Und Füße Crazy, töte den Ja, ja, ich bin grad tot Ich wurde selbst von den Turrets getickt Töte den Quetzel, Crazy Achtung, da kommt Die bewegen den anderen Paras Anderer Paras Jungs, alle chillen Wir haben die jetzt Der Quetzelung muss tot sein Ja, klar Ja, klar Also jetzt Schau auf, wenn wir noch was haben Auf den zweiten Paras Hä, was war das denn? Bitte ACM, Permission und Found Hast du eigentlich immer, wenn du Spawnst Und Spawnst Nice Nice Nein Ey Wir haben ein bisschen Schaden Die zwei Null Turrets einfach machen Der Paraser runtergegangen ist Ich lieg Ich lieg Ich lieg Ich lieg Ich lieg Der hat mich nicht treffen können Der Quetzel hat mir gar nicht arsch gerettet Soll ich Soll ich dich hier abholen? Soll ich dich abholen? Hol die Sachen ab, ja Hier, komm Ja, komm Ja Ich glaub dich, komm her, komm her, komm her Ne, 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 ne Parathea kommt, Rückzug Ist stehen geblieben, ist stehen geblieben Alter, irgendwie macht schon Stress, Junge Juhu Hat jemand noch ne Brust über? Ich hab den guten Dapfel, ich hab den guten Dapfel Sag mir Bescheid, gute Grad deren Verhäuer Hat jemand noch ne Brust über, so? Ach so, Parathea, ne, 70 Molche Wecker Oder Ja, komm, weg, 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 weg Auch nicht Aber ich hab mal eben so einen ganzen Satz equipped, ne Nur so Ja, ab in die Base Ab in die Base Ab in die Base damit Ja, hier oben den Stereo bitte einer einfach ausräumen Äh, pack ich's rein Wo ich hier dran stehe Ja Ich hab den S-Plus Textschild-Generator gelootet Was? Ja, ich hab den Textschild-Generator gelootet Mach sofort Screenshots davon Wenn's ein S-Plus ist, sofort Screenshots davon machen Oh mein Gott, ich weiß sogar, wie die an den gekommen sind Nämlich Nämlich? Das will ich jetzt gerne wissen Das sag ich jetzt nicht Guck mal, ob hier noch Leichen liegen Die haben noch viele Schriften dabei Ist das hier nur noch ein Parathea? Nein, ein Parathea Einer hast du gelaufen Der ist mit dem Thula hier Ist das immer noch der eine Parathea Ist das immer noch der eine Parathea, der links sind Und dann geht's auch noch, Alter Jungs, ich hab'n Spieler, ich hab'n Spieler Hat'n Schocking Darts Hat'n Schocking Darts Hat'n Schocking Darts Hat'n Schocking Darts Ich hab'n Spieler hier Ich hab'n gedrappt Guck die Stats Schmeiß'n doch auf die Base, verdammt Ja, ich red' von Catch'n, Catch'n Dein Flieh'n weg Flieh'n raus Ey, Tohle, brauchst du noch Turret? Du hätt'n müssen raus zum Schädel, bring'n weg, Werra aus'n Spiel Ähm Wollte Ja Geh' mal den hinteren kleinen Metallkasten auf Den ziehen wir jetzt weiter vor Ne, ich bin gleich mit Jogging Darts schießen Hab' ich, hab' ich Hab' ich Mach' du kurz, ich hab' doch Turret Ey, Jungs, ich geh' schnell Primär holen Äh, warte, nimm' du gleich hier die, äh, Sattel von mir mit Kann schnell noch einer in den Generatorkasten, dann können wir den nächsten Turret Racer auch noch füllen Demo dann, so, hier, Alter, her damit Äh, Toll, endlich, nehm'n, äh, äh Erzähl, ne Man, du fahr'n, spring'n schon los Entschuldigung, mach' ich hier neun Ja Ich hab' den Turret Racer von denen down Ne, mach' euch, alles gut Meiphole, ich brauch' Generator Der von dir zieht Turret Racer von denen, Marc Achtung, da ist ein Player von denen Da ist noch ein, äh Too close to enemy Foundation or Gate Ja, da ist die, äh, halbe Base von denen Fuck Alter, das ist sowas für ne Scheiße Kacke, Scheiße, geht hier schon wieder Hä, doll, die können die direkt neben unseren Sachen, äh Kacke-Plays Ich glaub' das ist ja andersrum Ja, da haben wir Fans-Foundations, wie geht das? Na, ich steh' jetzt, glaub' ich Ja, andersrum, vielleicht auch, äh Ja, egal Ich glaub' die wird andersrum Die sind da jetzt gefangen, oben sind tot, ähm Achtung, hier ist Player, Leute Könnt ihr euch mal schnappen, ne? Direkt oben, über euch ist ein Player Fünf Zentimeter vor euch Ich brauch' wieder Crossbow mit Grapples und dann geht's weiter Ja, wir können, wir können jetzt auch die, äh, die 2-0-Tourage schnell laufen, per Racer drauf bauen Ja, oder so Ja, das Problem ist, äh, die 2-0-Tourage hab' ich jetzt auch, bei denen ich da geloot hab' mit Starliner Ja Ich hab' ihn, ich hab' ihn Dropp' ihn Dropp' ihn Dropp' ihn Ab in die Base Jungs, ich hab' ihn getroppt an der Base Er hat sich reingegrabbelt, er hat sich reingegrabbelt an die Seite Ich seh' ihn Der ist reingegrabbelt Ja Was, nein, der greppt sich hoch an Wahrscheinlich schon unter der Weltfahrer gerade Nee, der hängt doch da an der Wand, direkt über uns Ah, ja, ich seh's, ich seh's, warte Ich seh' nicht spielen Hat doch gar Hat'n Hit, der hat'n Hit Ganz oben an der Wand knüppelt er sich lang Ich seh' ihn Ich seh' ihn Ja, ich seh' ihn Hi-Hop, Petri Attacke Ja, ich hab' ihn entstampelt Ja, boah Ich seh' ihn immer Er fällt runter Er hat's, Alter, überlebt Er ist jetzt auf'n Turret-Pracer Echt nice Nee, er rennt da unten rum Er rennt da unten rum Aua, 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 aua Aua, tu Aber manchmal versuchen, die Leichen, die da so ganz weit oben sind, äh, zu loopen Ich hab'n Crash Ich hab'n Crash Okay, oder? Wir müssen halt den Base da jetzt wegsprengen Wie auch immer das wir jetzt machen Ja, Sprengen, Feuer Evo von C4 Dann go, weil dann können wir weiter vorne in Turrets Ich bin grad'n Polymer holen Nice, Peter Reimel, Sonne ist tot Wollen wir ja nicht 2-0, ah, haben wir noch ein starkes Perracer? Peter ist tot, Maddie Nice Wir haben noch ein starkes Perracer Wir haben 6 noch in der Base, 1 ist verbaut und 5 sind noch neu Äh, warte mal, mein 1 könnte, gib mal 1 noch mit der Base-Klatte? Äh, 2.0 Turrets hatte er dabei Nice Äh, abholen, früher Also, wir haben gesagt, ihr habt noch ein gutes Ja, der muss aber noch hochgehielt werden, scheiße Ja, nach Dino-Kids So, ich baue die 2-0 Turrets hier ab, hebe die Munition auf Und wer? Wo ist denn das Paracers hier, was hochgehielt für Ende ist? Äh, hinter der Base, sozusagen, hab ich sie hingestellt Ja, gut, ich, äh, keine Ahnung, ich hab mal viel gelegt Geht einzeln rum Haben wir jetzt alles totfahren? Ah, nee Das ist nicht Das mit dem guten Sattel Wer, wer hat denn noch eine 2.0 Turrets? Ich weiß nicht, ich bin Oberhals Wohle, das Problem ist, das eine, was wir da haben, bräuchte nur mal erst einen anderen Sattel Ich hab einen gelootet gehabt, ich hab einen in der Smiglilin gelegt Naja Über den Steinpillers da oben bin ich Wenn nicht, versucht schnell ein neues bisschen hochleveln, ob ihr das halt jetzt auf Level kriegt und dann zu bauen Mit dem guten Sattel Du hast du das zu tun, das was ich schon mal machen Edmonds Hm? Was? Hab nicht zu ruhig Was? Oder Keine Ahnung Ne Ich mach den Event Ich 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 satt Äh, die sind im kundeten Typen gerade so Mettig Ich bin feil, schwache Leis, so verliert Ja, weil ich I'm based in, ja, schön, schön satt Äh, ich will, einfach Ihr rennt jetzt nach vorne zwischen den Leischen rum Was hindert euch eigentlich nicht direkt an dem Betreiz, was du als Spieler hast? Was uns daran hindert, sind deren Strukturen. Oh, das war hier. Das war einer von euch. Gegenüber von dir. Und du bist gebunden. Ja, hier drin. Das bringt mir aber nix. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt alle die Asiaten-Taktik machen, jeder sich einen Raketenwerfer verschnappt und wir einfach an den Spare Racer ranrennen? Wir werden vorher sterben. Also, ich komm locker ran ans Spare Racer. Nein, die Dirk-Touren, die machen dich in den Tod wirklich. Ey, ey, nein, Ruhe. Ich hab grad schon 20 Schuss von der Tür. Heute? Zu wie vielen wollt ihr denn mitmachen? Den? 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 Ja. Alle? Ja, alle. Alle, alle. Warte kurz. Das war's von Lockdown. Dann geh ich ran. Ja, hab ich. Nur der Lockdown-Schuss. Ein Schuss. Oder zu wie dürfen wir denn nur? Bist du bereit? Ey, warte mal. Hast du. Warte, da brauche ich ja alles nicht. Wo ist mein Petri? Oder wo ist der? Ich würde anfangen zu tanken mit meinem Body. Ich renne ran, einfach. Warte mal. Ne, ne, warte. Wenn, dann kann ich ja erstmal ein wenig für dich tanken. Weißt? Ja, ein paar Schritte. Kannst du mitgehen. Oder geh nicht weit mit. Wo haben wir denn die Luft jetzt? Bist du bereit? Ja, hey. Ich bin dann in den Bastelrank, aber ich weiß nicht, wann er welche haben. Was macht ihr da? Ich zerjagt. Wir haben keine mehr. Ist komplett da? Alles? Ne, noch nicht. Der ist hinterher noch. Da sind zwei, da sind Spieler. Wer ist da? Frag mal wo ich hinschießen muss. Alles cool. Crazy. Das sind zwei Spieler von uns. Obendrauf, ganz obendrauf hinschießen. Hab ich auch noch ne Rocky? Ne, leider nicht. Wo haben wir denn? Ah egal. Leute, komm hier zurück. Ich fang für dich. Ihr seid gerade um Unterdienst. Leute, kommt mit dem Turret Perracer. Leute, tut. Wir haben keinen Turret Perracer. Dann kommt mit zwei Perries. Kommt gerade schon mit dem Turret Perracer. Ich bin den gerade noch am Umbauen auf 2-0. Boah, Leute. Schießt einfach zwei Perries. Schießt Aim. Oh, da ist immer noch ne Turret drauf. Läuft. Warte, die hol ich mir noch. Ah, Impi! 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 Wie soll da rein? Lolleck. Der Impi will nicht hier sterben sehen, wie das aussieht. Leute, Impi holt dir doch nen Turret. Das ist doch tausendmal effektiver. Ich komm ohne nicht durch, was wir da gebaut haben. Ja, ich setze 40 Meter zu hier oben. Dann können wir es kurz weg. Schleifern. Warte mal, ich hab da nur nen Kontrofo gesucht. Ich hab's tatsächlich gerade geschafft, dass die Tarnburg ist und das Megalanag ist. 2.0 benutzen die. Ja, die benutzen wir auch. Die benutzen wir auch. Daran liegt's ja. S plus Auto Turret war auf dem Tier. Toll. S plus Auto Turret haben wir auch. Irgendwie. Irgendwie. Irgendwie hat das Schild der Kubi gar kein Damage bekommen. Das liegt einfach nur an Satteln. Der macht den Unterschied. Alter, hatte ich nicht... Ich hatte mir doch erst nen Parry geblieben. Das liegt nicht an Satteln. Die 2.0 Turret schießen wir weiter. Ich hab nix zum Draufhaue. Jaja. 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 Ist der schon blutig wieder? Jaja. 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 Der blutig ist ja auch Arling. Jaja. Ich hol da auch ne Pfeil. Am Müllarmweg gehen so kurz weg. Man kommt da weg. Ich war neun Uhr ey. Fuuuck. Man kommt da mit nem Tiri durch. Ne? Nur so. Äh. Ich hab Bolli mehr gefahren. Jungs. Abhauen. Was ist abhauen? Da ist noch ein Terrorist. Ja eins. Hab ich grad abgeschlossen. Wer werft in die Granaten? Impi. Impi. Ne Impi war das grad gar nicht mehr. Wer war das gerade? Das Tod ist jetzt kaputt. Ja. Hab ich's erwischt? Ja hast du. Der ist gleich tot. Ja. Ja. Alles klar Level erstmal. Ich hab's kaputt gemacht. Ja. Keine Ahnung. Was ist jetzt wegen Event? Wir hatten den 51er Sattel? Impi. 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 Ja, ich finde es gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020